Wussten Sie schon, dass Muda, Mura und Muri auch in Ihrem Unternehmen Ihr Unwesen treiben? Weil sie in jedem Unternehmen vorkommen, also auch in meinem und in Ihrem. Aber was steckt hinter diesen Begriffen und wie kann man die drei Moos zurückdringen? Das klären wir in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Die ersten Begriffe aus den drei Moos haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es ist Muda und wird auch oft mit Verschwendung übersetzt. Kommt aus dem Lean Management und das ist ein japanisches Wort, Muda und wurde also von Toyota geprägt letztendlich durch ihr Toyota Production Management und vor allem das Lean Management. Aber was versteht man alles unter Muda? All die Dinge, für die der Kunde nicht zu bezahlen bereit wäre, wenn er davon wüsste, weil sie für ihn keinen Wert haben. Und dazu kann ich Ihnen ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, damit es deutlicher wird. Vor ein paar Jahren war ich als Berater in einem Betrieb, der Werkzeugmaschinen verkaufte und reparierte. Also Profi-Akkuschrauber, Schweißgeräte, Hobel und ähnliches sind sowohl verkauft worden, eben auch als repariert worden in der Werkstatt. Und jetzt waren die Akkuschrauber an der Präsentationswand im Laden, im Verkaufsraum, so ausgepackt halt und aufgebaut, dass man sie in die Hand nehmen konnte als Kunde. Und zu schauen, wie schwer sind die und wie griffig und wie liegen die in der Hand und kann ich die gut verwenden und wie leicht kann ich die Bitsätze wechseln und ähnliches. Das ist also vor allem im Profibereich für die Handwerker ganz, ganz wichtig, dass die einfach perfekt in der Hand liegen, damit die Arbeit gut von der Hand geht. So weit, so gut. Aber wollte man jetzt so ein Gerät kaufen, dann ging die Sucherei nach dem richtigen Werkzeugkoffer mit dem Zubehör los. Jetzt waren nämlich die Akkuschrauber alle aufgebaut und die Koffer waren irgendwo im Lager letztendlich verstaut, weil sie sehr viel Platz weggenommen haben. Und dann ging die Sucherei los. Alle Koffer schauen ähnlich aus, aber sie dann doch einen Ticken anders. Und genau diese Sucherei kostete unglaublich viel Arbeitszeit, die über den Verkaufspreis ja irgendwie mitbezahlt werden muss. Oder ein anderes Beispiel. In einem Betrieb wurde neben der offenen Postenliste in der Buchhaltung eine weitere offene Postenliste in Excel geführt. Weil die offene Postenliste in der Buchhaltung nicht jedem, der sie gebraucht hat, zugänglich war. Also wenn dann plötzlich ein Kunde am Telefon war oder irgendwelche Rückfragen waren zu Rechnungen, dann konnte nicht jeder, der am Telefon war, in die Buchhaltungssoftware reinschauen und gucken, ob das bezahlt war oder auch noch offen war. Und wegen unpassender Berechtigungen hat man Jahr für Jahr aus etwa 1500 Rechnungen Datum, Name, Rechnungsnummer und Betrag doppelt erfasst. Das muss man sich mal vorstellen. Wirklich Jahr für Jahr in solchen Mengen. Suchzeit und Überbearbeitung sind zwei Beispiele, die unter Muda fallen. Dazu gehören auch noch unnötige Wartezeiten, unnötige Transporte und Bewegungen, unnötige Bestände und Überproduktion. Wer schon mal eine Unterschrift vom Chef gebraucht hat, am besten noch in so Umlaufmappen, der kennt das Wort Wartezeiten nur zu gut. Und die wichtigsten Verlustarten, wer die genauer nochmal kennenlernen möchte mit weiteren Beispielen, habe ich hier nochmal ein ausführliches Video gemacht zu Muda und den Verschwendungs- und Verlustarten. Aber das Wort Verschwendung trifft Muda eigentlich nicht richtig, sondern kommt daher, weil Muda vom Japanischen zuerst ins Englische mit dem Begriff Waste übersetzt wurde und von dem Englischen Waste dann in das deutsche Wort Verschwendung. Die Frau Mari Furukawa Kaspari hat in ihren Büchern Lean auf gut Deutsch vorgeschlagen, Muda mit Für-die-Katz-Arbeiten zu übersetzen. Das würde den japanischen Begriff Muda sehr, sehr viel besser treffen als Verschwendung. Mir gefällt dieses Für-die-Katz-Arbeiten auch viel besser, weil kein Mitarbeiter irgendetwas absichtlich verschwenden will, aber trotzdem mit Dingen beschäftigt sein kann, die für den Kunden ohne Wert sind. Und wie man das oft vermeiden kann, wenn man ganz konsequent hinterfragt, ob der Kunde das, was man gerade tut, gut findet und bereit wäre, dafür zu bezahlen, das lernen Sie im Seelenlade und gehen Sie mit offenen Augen durch Ihren Betrieb. Schauen Sie da wirklich mal durch, gehen Sie durch Ihren Betrieb, schauen Sie sich das wirklich an und lernen Sie dieses Seelen. Mura bedeutet Unausgeglichenheit. Mura ist halt der zweite Begriff, wobei sich diese Unausgeglichenheit auf Faktoren in den Prozessen, in Faktoren bei den Mitarbeitern, aber eben auch auf Faktoren bei den Kundenwünschen beziehen kann. Und bevor ich auf diese drei Faktoren genauer eingehe, machen wir mal einen Test, der Ihnen die Wirkung von dieser Unausgeglichenheit, von diesem Mura direkt vor Augen führt. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie einen Rucksack lässig über die Schulter hängen haben, so einfach nur, ist das auf Dauer recht unangenehm. Das ist am Anfang vielleicht cool, gerade bei den jüngeren Leuten kommt es immer ganz gut an, so lässig über die Schulter hängen, aber auf Dauer belasten Sie hier einseitig Ihre Schulter. Und wenn Sie ihn vernünftig tragen mit beiden Schultergurten, dann geht es deutlich besser und Sie können entspannt auch weitere Strecken gehen. Der Grund liegt einfach darin, dass Ihre Schulter- und Rückenmuskulatur eben nicht einseitig, also unausgeglichen, Mura belasten, sondern gleichmäßig. Und wenn Sie einen schweren Wanderrucksack tragen, sowas hier zum Beispiel, dann haben Sie vielleicht sogar noch einen Hüftgurt, wie hier unten, damit die Last auf noch mehr Punkte Ihres Körpers verteilt wird. Den können Sie also entsprechend anlegen. Und Sie haben hier unten noch einen Hüftgurt. Und damit ist das Gewicht noch deutlich besser auf Ihren Körper verteilt. Und schwere Rucksäcke auf mehr Tagestouren, zum Beispiel in den Alpen, lassen sich so viel besser mit dem Rucksack einfach gehen, als wenn dieser Hüftgurt eben nicht da wäre. Unausgeglichenheit in den Prozessen zeigt sich beispielsweise in nicht gut passenden Bearbeitungszeiten bei den einzelnen Fertigungsschritten oder bei zu langen Wegen und Transporten zwischen den einzelnen Bearbeitungsstationen. Wenn zum Beispiel eine Bohrstation, wo Löcher gebohrt werden, und eine Frästation danach zum Beispiel nicht gut zusammenarbeitet, oder eine Schweißstation, weil einfach die Bearbeitungszeiten von den Maschinen sehr unterschiedlich sind, dann muss man sich überlegen, wie man das wirklich in den Takt bringen kann. Und genauso, wenn man im Takt gemeinsam spielt, dann bekommen eben die einzelnen Stimmen den tollen Sound eines großen Orchesters. Und die Folge von solchen nicht ausgeglichenen und nicht angepassten Prozessen, diese Unausgeglichenheit, sind dann eben oft Pufferbestände, die deutlich größer sind, als sie sein müssten, um die Wartezeiten auf die Vorprodukte abzufedern. Denken Sie also vor allem auch intern hier immer an diese Kunden-Lieferanten-Beziehungen. Wenn Sie etwas bearbeitet haben und es weitergeben zu einem Kollegen oder einem Kollegen, dann gibt es da auch oft eben Wartezeiten, weil die eben schon auf Ihr Vorprodukt entsprechend warten. Und hier ist eine genaue Prozessanalyse eben wirklich der große Hebel. Das Ziel sollte wirklich die Verkürzung der Durchlaufzeiten und vor allem der Losgrößen sein, damit Sie in kleineren Einheiten produzieren können und man seine Leistungserbringung wirklich zum Fließen bekommt. Also dieses Flussprinzip ist ja eines der ganz zentralen Lean-Management-Prinzipien. Da sollten Sie schauen, dass Sie es wirklich hinbekommen, dass es im Fluss durch Unternehmen durchgeht, ohne große Pufferbestände. Und Unausgeglichenheit gibt es aber auch auf der Ebene des Personals. Unausgeglichenheit im Bereich der Mitarbeiter entsteht zum Beispiel durch individuelle Arbeitsweisen der unterschiedlich kompetenten und motivierten Mitarbeiter. Speziell im Bereich der Dienstleistungen, bei denen es also häufig auf das persönliche Können und die Reputation des Einzelnen ankommt, gibt es eben ganz oft Unausgeglichenheiten. Denken Sie zum Beispiel an den Spezialisten für bestimmte Gebrechen oder Krankheiten, also an den Gesundheitsbereich. Dort entstehen lange Wartezeiten, während ein Kollege mit ähnlichen Fertigkeiten, aber vielleicht nicht ganz so einer hohen Reputation oder nicht ganz so bekannt, an der Grenze zur Unterauslastung steht. Und in der Verwaltung begegnet man Unausgeglichenheit, zum Beispiel mit Geschäftsverteilungsplänen. Da wird eben geschaut, wie viele Fälle auf eine bestimmte Einheit, zum Beispiel den Anfangsbuchstaben des Nachnamen, gibt es sowas, und dann wird es eben entsprechend verteilt. Bei Gerichten ist es häufig so, dass man auf die Art und Weise eben auf die jeweiligen Gerichte, die Sachverhalte einfach dann verteilt. Schwierig zu begegnen ist die Unausgeglichenheit aber bei den Kundenanforderungen. Speziell, wenn es sich um stark saisonale Produkte wie Skier, Hochbeete oder Badebekleidung handelt. Saisonale Unausgeglichenheiten kann man nur mit Komplementärprodukten, die antizyklisch nachgefragt werden, ausgleichen. Badebekleidung und Winterbekleidung sind jetzt so ein ganz typisches, plakatives Beispiel. Es gibt natürlich auch noch viele andere, aber das wäre sowas, was antizyklisch zueinander passen würde. Aber die schwankende Nachfrage eines an sich ganzjährig nachgefragten Produktes kann man durch Nivellierung, kleine Losgrößen bis hin zur Losgröße 1, dem One-Piece-Flow und Modularisierung von Varianten begegnen. Autos sind da das beste Beispiel. Autos werden ganzjährig nachgefragt, da gibt es keine Saisonalität in dem Sinn, aber bei Autos gibt es eben ganz stark diese Modularisierung und den Plattformbau. Es werden letztendlich nur eine begrenzte Anzahl von fest vorgegebenen Modulen neu miteinander kombiniert. Sie können eben einen bestimmten Typ von Klimaanlage wählen, nur vielleicht in Kombination eben mit einem bestimmten Radiotyp oder Ähnliches, weil sonst das in das Cockpit nicht gut reinpasst. Der Unausgeglichenheit auf den drei Ebenen Prozess-, Personal- und Kundenanforderungen zu begegnen, ist also wirklich äußerst lohnenswert. Denn ein Rückgang von Mura wirkt direkt auf den Rückgang von Muri, der Überlastung. Muri bezeichnet die Überlastung von Menschen, Maschinen und Material. Und Unausgeglichenheit mit Arbeits- und Produktionsspitzen führt direkt zur Überlastung. Das mag ein Mensch oder eine Maschine für eine gewisse Zeit lang vielleicht aushalten, aber früher oder später kommt es eben zu Störungen und Ausfällen bei Maschinen und zu Krankheit, Burnout und Kündigung bei Mitarbeitern. Vorausschauende Instandhaltung bei Maschinen und Standards bei der Arbeit von Mitarbeitern sind wichtige Strategien, um Muri, die Überlastung zu vermeiden. Zum Thema Standards habe ich hier nochmal einen Videotipp für Sie. Schauen Sie gerne mal rein, weil zum Thema Standards gibt es immer ganz oft Missverständnisse, dass das Kreativität töten würde und man in ein Korsett gepresst wird. Deswegen schauen Sie mal wirklich mit rein. Da wird das Thema Standards mal wirklich aufgearbeitet, ohne dass es zu großen Emotionen kommt. Es ist also enorm wichtig, bei seinen Verbesserungen die drei Problembereiche für die Katzarbeiten, Unausgeglichenheit und Überlastung immer im gemeinsamen Kontext zu verstehen. Und wenn produktiver gearbeitet wird, dann kann das zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung und damit direkt zur Überlastung führen. Deswegen gehört das immer zusammen. Und mit einer Verdeutlichung von Muda, Mura und Muri, also den drei Mus, ist jetzt klar, warum diese in jedem Unternehmen mehr oder weniger stark auftreten. Deswegen, das trifft mein Unternehmen genauso, wie es ihr Unternehmen trifft und damit ist es auch praktisch anwendbar. Sie sind jetzt gerüstet für das nächste Thema, nämlich die Führung vor Ort und den Gemba Walk. Was Sie dabei beachten sollten und warum es ein echter Erkenntnisboost ist, wenn man wirklich Führung vor Ort praktiziert und zu den Leuten hingeht, darum geht es im nächsten Video. Wir sehen uns gleich. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.